Ich hab dir das in meinen Albtraum erzählt. Die sind schlimmer geworden. Ich bilde mir ein, dass ich verfolgt werde. Ich will wissen, ob das ein Geist ist oder mein Kopf. Ist er jetzt hier? Ja. Ich bin übrigens Henry. Du existierst gar nicht. Ja, das ist alles gut. Du spürst, du hast mal dran gelegt. Was ist passiert? Geht's dir nicht gut? Du bist das Beste, was mir seit einer Ewigkeit passiert ist. Vergiss die Alte. Du liebst sie nicht. Du weißt warum? Du weißt nicht, kannst. Du weißt nicht, kannst. Du weißt nicht. Ich bin echt. ? Ich bin niemals. Ich bin мало was. Du weißt, was ich nicht?-